ja warum heißt es eigentlich artpension bei uns weil hier auch schon mal so art ausgestellt wird zum beispiel mein wunderschönes kunstwerk gefrorenes licht oder light free ist oder kann käuflich erworben werden aber artpension sind auch deswegen weil wir auf kunstvolle art und weise putzen und reinigen natürlich alles wirklich hygienisch sauber bis in die letzte fuge wir suchen auch übrigens noch immer noch die ultimative putzfrau die auch bereit ist mit der zahnbürste die fugen auszuschrubben ja hier gab es eine kleine störung bei der aufnahme deswegen ist jetzt hier so unglücklicher karten dann wo drin ist jetzt vielleicht ersichtlich ihr kennt das vielleicht auch mit dem bügeln so von bettwäsche das bügelbrett ist einfach zu klein versorgen gedöhnt und wenn man keine mangel hat dann ist es folgendermaßen einfacher nämlich erst mal die ganze bettwäsche aufzuziehen so wie wir das hier gemacht haben erstmal lagen darauf spannen und dann auf dem bett das lagen bügel mit wassersprüher schön auf stufe 3 damit hat auch schön glatt wird bis gezien und zack ist das dingen schön glatt und man hat sich nicht mit dem bügelbrett geprügelt ich finde das sehr positiv hat spaß gemacht und sieht doch immer wieder gut aus ein ja 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 ja